da war jetzt nichts mehr so hat da war der Ball drin ja wo muss ich jetzt mit dem Ball hin da haben wir noch eine Tür komme ich da jetzt hin mit dem Ball oder was what the fuck seid ihr denn jetzt hier am veranstalten Marschlöcher ne K10 wow wo fliegt der hin da lang ich würde mal sagen das soll heißen gehe jetzt zurück würde ich mal ganz klar behaupten äh wo war der Speicherraum äh unter mir ziemlich genau ui danke ui nix passiert lalala da 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 ja ich möchte speichern und noch so ein 20 Minuten spielen lalala dum 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 da 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 so wie kam ich jetzt zurück ähm links halten ähm ui danke ups die ziehe ich ja schon sehr genau die wie aber die kriegt niemand mit ich schätze mal ich muss irgendwie zurück weil er ist hier in die Richtung geflogen aber wohin zurück das ist hier die Frage wohin muss ich zurück wo kam ich hier nochmal her ähm noch magmo wo ich wieder noch magmo ha aufzugssequenz 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 nutzen können und was trinken Achtung von links ach von überall wahrscheinlich aha das war dumm komm ach halt ich kann auch hier den machen äh hier hatten wir schon einen Energietag gefunden was war das denn jetzt hopp geh da hoch hopp 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 so fail ich muss doch hier wieder hoch oder hopp hopp nein ich muss das langsam machen hopp hopp ja so geht das ähm hopp 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 ich kann sich nur oder komme ich hier weiter ach so äh ok ich habe scheiße gemacht wäre auch fies gewesen wenn sie hier sowas äh die hatte ich aber schon ne ja äh war das hier der raum mit denen ja das ist der raum mit denen na da unten hab ich ach ne das sind Pumpen ich hab grad gedacht das wären noch so Selbstschussanrichtungen ach ja im übrigen ich habe inzwischen so eine Lavasäule bei mir bei Minecraft pfff schießt da was auf mich? ist hier eigentlich auch irgendwas Moment was? ach so nix ich glaube was hatte ich hier sowas schon alles so alles relevante äh muss ich ihn jetzt hin? Moment ach ich bin grad von da gekommen jetzt müsste ich da noch weiter weg da ja ha 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 Nein, 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 wo bist du? Komm her. Arschloch. Da haben wir alles schön. Da haben wir nochmal so ein paar Kisten. Da habe ich jetzt eigentlich irgendwas. Moment, da komme ich jetzt gerade her. Wo kann ich denn jetzt hin? Also da geht es zum Speicherraum, da geht es in den örtlichen Schose-Ruinen. Westlichen Teil-Taler und Oberwelt. Feuersee. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da komme ich gerade her. Hm. Wo komme ich hier hin? Zu eine... Wie komme ich hinterher? Zu Talan-Oberwelt. Ich möchte aber eher in die Schose-Ruinen, habe ich das Gefühl. Weil der Weg ist... Scheiße weit. Ich gehe erst nach Talan. Ja. Talan und von da aus dann nochmal in die Schose-Ruinen rein. Würde ich mal so sagen. Das ist, glaube ich, der... Etwa gleich lange Weg, aber der... Weniger an diesem Gefilden hier stattfindet. Weil ich mag Lava... Ähm... Moment. Da bin ich rübergekommen. Ist das hier irgendwo was für den Morph-Pall? An der Decke? Da ist tatsächlich ein Loch an der Decke da. Hm. Komisch. Ja, okay. Komm, macht eure Flammen. Flammen. Hüpp, hüpp. Weg. Äh... Achso, die scheiß Käfer wieder. Und? Na, bitte. Ähm... Das wird lustig. Hopp. Nein, 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 nein. Nein. Stirb. Ja, komm. Ja, komm. Ah, das wird krass sein. Eieiei, ich habe einen Tropfen an der Nase hängen gehabt. Das war nicht gut. Ähm. Moment. Ich muss mal kurz orientieren. Ähm. Ja, hier weiter. Hapsalaps. Was? Moment, Morphball? Ist nicht weg, ne? Nee. Okay, Flammen. 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 Habadabada. Nicht du schon wieder. Ah, das war's schon. Habadabada. Wir wollen doch nicht hier reinfallen. Lalala. 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 Lala, raus da. Habadabada. Ach so. Ach so. Genau. Hier waren ja. Für den Dingensball. Spiderball. Das weiß ich noch. Den gab's hier. Hä? Ei, 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 ei. Aufzug zu Frequenzen sind langweilig. So. Stachis. Stachis. Ne, was aber. Okay, von hier bin ich von oben irgendwo gekommen. Na, toll. Hopp. Hopp. Willst du wohl springen? Lalalala. Lalalala. Äh, die Musik mag ich nicht. Äh, das erinnert mich irgendwie an Super Metroid. War das Super Metroid, wo auch so ähnlich Musik lief? Äh. Und hier bin ich von oben zum jetzt. Ja, 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 ja. Dann halt wirklich.